Wir wollen gar nicht lange stören. Ich will Ihnen nur kurz was aus der Bibel vorlesen. Stehen bleiben! Soll ich etwa zusehen, wie du dich jedem kleinen Pimmel entgegenwirfst? Who's the fuck? Schlaußer, nicht weiter! Alter! Halt euch! Für mich! Wenn du etwas aus der Ordnung sehen möchtest, nimmst du uns? Oh, wir haben kein Telefon. Auf Wiedersehen. Gute Fahrt.